Musik Zwei Linien im Schnee, eine 11 Meter vor dem Tor, die andere 12 Meter. Der Beginn einer völlig verrückten Geschichte. Mittendrin Uwe Klimaschewski, Trainer beim FC Homburg im Jahr 1976. Christian Diener, stellvertretend für seinen 1994 verstorbenen Vater Harald. Damals im Trikot des FC Homburg. Und Torwart Sascha Purkett, aufgrund der Frisur, stellvertretend für Ex-Nationaltorwart Rudi Kagus, Torwart beim HSV. Die Geschichte beginnt mit einem Pokalspiel des Zweitligisten FC Homburg gegen den Bundesligisten Hamburger SV im April 1976. Samstagnachmittag, Homburg-Waldstadion, ein Bild mit Seltenheitswert. 20.000 Zuschauer, ca. 100.000 D-Mark in die Kasse des FC Homburg. Die Präsidenten, Udo Geidlinger, FC Homburg, bewegt, nervös, mit letzten Anweisungen. Dr. Peter Krohn, Chefmanager des HSV, gelassen, kalt. Eine Schau des Selbstbewusstseins. Hans Etzmeier, die Trainer. Uwe Klimaschewski, FC Homburg, umgeben von den Medien, die er gar nicht liebt. Der Press. Kuno Klötzer, HSV, er hat sich bereits daran gewöhnt, ohne verbergen zu können, dass er auch in Homburg zweiter Mann war. Nummer 2. Die Prominenz. Ministerpräsident Franz Josef Röder, Sport und Politik. Nummer 3. Die Fans. Mit und ohne Eintrittskarte, etwa 50 aus Hamburg. Die Spieler. Rechts der FC Homburg, 2. Liga, Fußballspieler, die auch noch einen Beruf haben. Die Kapitäne. Lokli, HSV und Albert Müller, Homburg. Und alles, was zu einem großen Spiel gehört. Livekameras, Ordnungshüter, Fotoreporter. Und die Entscheidung. 33. Minute, der HSV führte mit 2 zu 0. Homburg mit Lenz. Diener. 1 zu 2. Rudi Cargos im Tor des HSV überwunden. Doch es sollte das einzige Mal sein. Drei Minuten später. Leunissen. Ehrmantraut. Diener. Leunissen gefoult von Hidien oder Nogli. Schiedsrichter Aldinger. Zeigt auf Elfmeter. Spannung im Stadion. Diener. Cargos rettet das 2 zu 1. Er war nicht schlecht geschossen. Er war gut. Er ist natürlich früh gelaufen. Pass auf. Der Cargos ist dafür bekannt, dass er Elfmeter hält. Und Diener hat nicht die Nerven gehabt. Wir haben schon in dieser Saison, glaube ich, drei oder vier Elfmeter verschossen. Wir haben keinen Elfmeterschütz, wo man sagen kann. Also zu 90 Prozent ist der drinne. Training am Tag nach dem Spiel. Das war ja hier dieses Tor, wo der Harald den Elfmeter geschossen hat. Und dann bin ich hier so langsam, bin ich hier so hergetuckelt so und bin hier hergekommen. Und dann habe ich gedacht, war ja der Elfmeterpunkt, ist ja hier mit weißem Punkt angezeichnet. Und dann habe ich gesagt, Mensch, von hier kriegt der den Wald nicht rein. Und dann habe ich gesagt, aber das kommt mir ein bisschen komisch vor, denke ich. Das ist doch mehr wie elf Meter hier. Und mein Platz hat, der stand da hinten im Gang. Und da habe ich gesagt, der hieß Franz. Da habe ich ihn gerufen, habe ich gesagt, Franz, komm herher. Da muss man dazu sagen, morgens hatte der schon immer leicht einen MT, weil der hatte das Lokal da. Wir nannten ihn auch nur Unterberg. Und jedenfalls hat er auch bestimmt schon an dem Samstag bestimmt ein paar drinne. Also jedenfalls habe ich gesagt, du, hast du den Punkt? Ist das hier klar mit dem Elfmeter? Das kommt mir ein bisschen viel vor. Weißt du, wenn du so lange Fußball gespielt hast, dann merkst du ungefähr, ob das jetzt zehn Meter sind oder ob das zwölf Meter sind oder ob das elf Meter sind. Und ich habe gesagt, das ist zu viel. Also wenn er von hier geschossen hat, das ist mehr. Da kam er an von da hinten. Ja, ist alles klar. Ich habe doch gekreidet. Das ist alles in Ordnung. Uwe, das sind elf Meter. Dann bin ich da hingegangen. Habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und dann komme ich hier auf den Punkt an auf zwölf. Da sage ich, Franz, das sind zwölf Meter. Da sagt er, damit du deine Ruhe hast, ich hole einen Zollstock. Ist er in die Kabine gegangen da hinten unter seiner Tribüne und ist angekommen mit einem Zollstock. Jetzt ist er da hinten hingegangen, also zwei Meter Zollstock und ist dabei, ist er dann hierher gekommen. Das will ich dir jetzt zeigen, hat er gesagt. Das war, dann ist er hierher gegangen. So. Zollstock ja immer zwei Meter, ja. Jetzt hat er ihn angelegt. Zwei Meter, vier Meter, sechs Meter, acht Meter, zehn Meter. Und jetzt sehe ich schon, ja, dass das nicht hinkommt, dass das mindestens mehr sind. Und er legt an, ja, und was war? Zwölf Meter. Da sage ich, und jetzt? Und da sagt er, das kann doch nicht sein. Ja, ich sage, wie, das kann nicht sein? Ich sage, siehst du doch hier. Ich sage, es sind zwölf Meter. Der war wieder besoffen gewesen, ja. Hat den Platz so freitagsabend schnell noch gemacht. Hat einfach einen Zollstock genommen. Hat höchstwahrscheinlich wieder einen Tee gehabt. Und hat zu lang gemessen, ja, zwölf Meter. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn der von hier, wenn der Harald von zwölf Meter geschossen hat, jetzt, der Ball wäre ja schneller am Tor, wenn er von elf Meter gestanden hat. Und der Karkus hat den ja sowieso nur so rausgekratzt so gerade. Habe ich gesagt, der Ball wäre ja drin gewesen. Wir machen den Test mit Dieners und Christian und Torwart Sascha Porkett. Elf und zwölf Meter. Ein großer Unterschied? Ein Meter wirkt auf mich, sage ich mal, schon ziemlich enorm. Und es macht meiner Meinung nach schon einen Unterschied. Ob man von elf Metern schießt oder von zwölf. Oder wie Sie gesagt haben auch im Hinblick auf die Reaktionszeit des Torhüters. Es ist was anderes. Also muss man ganz klar sagen. Ob ein Schuss von elf oder von zwölf Meter kommt, das ist wirklich was anderes. Heutzutage mit den Bällen oder so. Früher waren das Steine früher. Heutzutage fliegen die. Also da muss man schon ein bisschen flink sein. Aber wie gesagt, das ist für den Schützen viel, viel schwerer. Ich wusste praktisch nur der Geilinger und ich. Also ich habe das gleich gemerkt. Also den nächsten Tag allerdings erst. Und ich bin dann gleich zum Geilinger gegangen. Und dann haben wir zwei Beratner gesagt, komm, das können wir gar nicht laut sagen. Dann sagen die Leute, die sind total bekloppt dahin. Also wir haben es dann nicht publik gemacht. Ich dachte hundertprozentig, das sind elf Meter. Dass es zwölf Meter waren, da habe ich erst die Tage von Klima erfahren. Das hat er mich angerufen kurz. Hat mir das erzählt, wie das war. Da habe ich drüber gelacht. Da habe ich gedacht, das war es für uns. Ja, aber es war es für unsere Zeit damals. Torjäger Harald Diener und sein verschossener zwölf Meter. Der FC Homburg verlor das Pokalspiel mit 1 zu 2. Hängende Köpfe nach dem Spiel. Ein Jahr später war das ganz anders. Es ging gegen die Bayern. Die Vorbereitung aufs DFB-Pokalspiel verlief aber alles andere als optimal. Wir hatten große Probleme vor dem Spiel gegen Bayern München. Und jetzt kam der letzte Trainingstag. Und weißt du, wo wir trainiert haben? Weißt du es noch? Nee. Nee, aber ich. In der Badeanstalt. Ehrlich? Naja, sicher. Wir sind in eine Badeanstalt gegangen, um den Platz hier zu schauen. Da war ein bisschen Rasen. Da oben hatten wir ja ein Hartpass. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf. Das muss ich nicht. Bitte? Ja, ich muss. So, dann bin ich in eine Badeanstalt gegangen. Da haben wir ein paar Fahnenstangen mitgenommen. Dann habe ich da ein bisschen so ein Feld abgesteckt. Und dann haben wir da gespielt. Das Homburger Waldstadion mit über 20.000 Zuschauern. Pickepacke voll. Der FCH-Reservispieler im Klimaparker-Partner-Look. Von Beginn an spielten die Grün-Weißen gegen den großen Favoriten Bayern munter drauf los, ohne Respekt. Erste Möglichkeit Herbert Ney, Sepp Mayer im Bayern-Tour. Dann der FC Homburg mit einer Klimaspezialität. Kurze Ecke, Ermann Traut auf Manni Lenz. Nächste Möglichkeit für die Grün-Weißen. Und dann Ecke von der anderen Seite. Diesmal eine Riesenchance von Bartel. Nicht zu fassen, wieder Sepp Mayer dran. Es war ein Spiel in Halbzeit 1 auf das Tor des Weltpokalsiegers München. Dann Freistoß Schwickert, der Linksfuß. Mayer der Weltmeister. Mit Mühe und Not gerade noch mit den Fingerspitzen dran. Und dann war wieder Ney an der Reihe. Er alleine hätte die Bayern in der ersten Halbzeit abschießen können. Wieder gewinnt Mayer das Duell gegen Ney. Der FC Homburg in der Abwehr kaum gefordert. Albert Müller und Horst Ermann Traut hatten Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß locker im Griff. Dann Homburg mit einem Konter. Ney auf Spielmacher Manni Lenz. Und die nächste Möglichkeit. Wieder Ney. Wieder zweiter Sieger gegen Sepp Mayer. Unfassbar. Die großen Bayern hatten erst kurz vor der Pause die erste Chance. Gerd Müller. Dann Uli Hoeneß. Doppeldeckung schreit Uwe Klimaschewski. Schwarzenbeck, der andere Weltmeister. Und Gregor Quasten mit guter Reaktion. 0 zu 0 zur Pause. Punktsieger allerdings klar Homburg. Nach dem Wechsel ging's rund. Ernst Hodl lässt die Bayern-Profis stehen wie Slalomstangen. Die hochverdiente Führung für den FCH. Das 1 zu 0 in der 47. Minute. Danach stürmte Homburg weiter. Ney. Und Harald Diener. Er verpasst das zweite Tor. Dann schlugen die Bayern zurück. Ecke Branko Oblak. Der Mann der ruhenden Bälle. Und in der Mitte Gerd Müller. Der Mann der Tore aus dem Nichts. Der Bombe der Nation mit dem Ausgleich 55. Minute. Kula und Ney kamen zu spät. Acht Minuten danach. Indirekter Freistoß Homburg. Lenz auf Schwickert. Was für ein Teil. Das 2 zu 1 für den FC Homburg. Mit der Hacke von Lenz. Und dieses Ding von Schwickert hat Meier wohl gar nicht gesehen. Die Führung für den FC Homburg. Und kurz danach. Die nächste Möglichkeit. Manfred Lenz. Und Harald Diener. Auf der Linie. Rettete Gruber für den geschlagenen Meier. Homburg in der Vorwärtsbewegung. 10 Minuten vor dem Ende. Hodl. Der für Augenthaler eingewechselte Norbert Janssen. Säbelt über den Ball. Und Manni Lenz sagt Danke. Rein damit. Der Lenz war da im Oktober in Homburg. Das 3 zu 1. Die Entscheidung. Noch einmal dieser Treffer von Manni Lenz. Der Fehler von Janssen. Das Homburger Waldstadion. Ein richtiges Tollhaus. Die Grün-Weißen schafften die Riesensensation. Viele dieser Spieler und viele der 20.000 Zuschauer werden diesen Tag so schnell nicht vergessen. Wir haben ja keine großen Spieler eingekauft von außerhalb. Das ist ja erst viel später angefangen. Also diese Spieler, die da zur Zeit bei uns gewohnt haben, die waren alle hier entweder aus dem Saarland oder aus Rheinland-Pfalz. Der Einzige, der ein bisschen weiter weg kam, das war der Gregor Quasten. Der kam von Posten an München-Gladbach. Und der Walter Gruhler. Alle anderen Spieler waren hier Rheinland-Pfalz und Saarland. 1991. Wieder ein Pokalsieg gegen die Bayern. Diesmal im Olympiastadion. gestrauchelt bereits bei ihrem ersten Eingreifen im DFB-Pokal. Dabei hatte alles nach Plan begonnen. Effenbergs Flanke nach einer knappen halben Stunde wird vom Massinho ins Tor verlängert, zur Führung für den haushohen Favoriten. Homburg hatte gut mitgespielt, konnte aber bis zur Pause nicht mehr aufholen. Das Team von Gerd Schwickert hatte sich nie versteckt, spielte munter mit. Baranowski sieht Cardoso und der fackelt nicht lange, nimmt direkt ab und trifft zum Ausgleich. Ob Heinkes und Hoeneß schon wussten, was noch kommen würde? Minuten später. Zweikampf zwischen Gries und Torhüter Hilringhaus, der den verletzten Aumann vertrat. Und Baranowski staubt ab zur 2-zu-1-Führung für die Saarländer. Homburg witterte die Sensation. Aber die kalte Dusche schon im Gegenzug. Wiederum Effenberg auf Massinho und es hieß 2-zu-2. Die Bayern hatten sich in die Verlängerung gezittert. Ich glaube, das waren nicht mehr die Bayern, vor denen wir Angst haben mussten. Das habe ich auch den Spielern gesagt, jedem Einzelnen gesagt, jedem Mann dagegen gestellt. Ich habe das ganz brutal der Mannschaft gesagt. Für mich waren in unserer augenblicklichen Verfassung und in der Gegenüberstellung der Verfassung der Bayern, habe ich gesagt, 8 Mann von uns sind im Moment besser drauf. Ich habe das extra überzogen, um den Spielern den Respekt wegzunehmen. In der ersten Halbzeit hatten wir noch etwas Probleme damit, aber in der zweiten Halbzeit ist das voll aufgegangen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die Bayern psychisch nicht in der Lage sind, das im Moment zu bringen, was sie eigentlich bringen müssten vom Namen her und auch von ihrem Stellenwert her. Wir wussten, dass wir gut drauf sind. Wir wussten, dass die Bayern einige Schwierigkeiten haben. Wir haben heute nur auf unsere Stärke vertraut. Wir wollten uns hier nicht verstecken. Das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben super nach vorne gespielt, haben den Rückschlag weggesteckt, das 2-2, und haben in der Verlängerung halt, wie man gesehen hat, mehr Kraft gehabt. In der Tat, die Bayern hatten kaum noch etwas zuzusetzen. Michael Kimmel lässt Nationalspieler Pflügler ganz schlecht aussehen und der abgefälschte Schuss unhaltbar für Hilringhaus. Die Führung 3-2 für Homburg. Und die Krönung schließlich in der 99. Minute. Dieser herrliche Fallrückzieher von Bernd Gries bringt das 4-2. Bis zum nächsten Mal. Ciao.